Liebe Kinder, jetzt gibt es wieder eine neue Geschichte, die ich euch vorlese. Ich, die bin die Michaela Hirsch vom Betreuungsservice in Fürth. Und die Geschichte ist aus dem Buch Kinderschatz, meine schönsten Geschichten zur guten Nacht, aus dem Gondolino Verlag. Und die Geschichte heute heißt Der Elefant im Kinderzimmer. Hallo, sagt Jumbo. Da bin ich. Er kitzelt Tim mit seinem langen Rüssel. Das ist ganz einfach, weil Tims Bett direkt am Fenster steht. Tim muss niesen. Wo kommst du denn jetzt her, fragt er den Elefanten. Die Abendvorstellung ist aus. Sie bauen schon das Zelt ab. In ein paar Stunden geht es fort. Aber ich habe den Rüssel davon voll. Alle drei Tage weiterziehen. Das mache ich nicht mehr mit. Jumbo schnaubt es so kräftig, dass Tims Spielsachen auf dem Regal durcheinander purzeln. Tim steht auf und setzt sich auf die breite Fensterbank. Und was machen wir nun, fragte er. Sie werden dich suchen. Jumbo wedelt aufgeregt mit seinem großen Ohren. Er legt neben Tim eine gelbe Blume auf das Fensterbrett. Du hast heute Nachmittag gesagt, dass du mein Freund bist. Stimmt das noch? Natürlich stimmt das, bekräftigte Tim. Seit du mit dem Zirkus in unsere Stadt gekommen bist, habe ich dich jeden Tag so oft es gegen besucht. Ich bin dein bester Freund. Ganz bestimmt. Schön, sagt Jumbo. Dann hilf mir. Bitte, versteck mich ein paar Tage. Tim ist ratlos. Wie soll man dich verstecken, wenn du ein Hund oder eine Katze wärst? Nichts einfacher als das. Jumbo nimmt vorsichtig die gelbe Blume in seinen Rüssel. Das ist die Blume unseres Zauberers. Wenn ich die gefressen habe, werde ich so klein wie ein Hund oder eine Katze sein. Jumbo lässt die gelbe Blume in seinem Mund verschwinden und plötzlich wird er kleiner und kleiner wie ein Pferd, wie ein Kalb, wie ein Bernadinerhund. Toll, ruft Tim begeistert. Das reicht. Komm jetzt rein. Schnell klettert Jumbo durch das Fenster. Er schrumpft sogar noch weiter. Geht es so, fragt er höflich. So geht es nicht, Tim. Für ein paar Tage kann ich dich gut verstecken. Ich habe Hunger und Durst, klackt Jumbo. Hast du was? Tim streichelt den Schrumpfelefanten den Rüssel. Bei mir sollst du immer satt werden, Jumbo. Er geht in die Küche, stapelt auf einen Teller Brötchen und Obst und füllt auch ein Glas mit Milch. Damit schleicht er in sein Zimmer zurück. Es ist tiefe Nacht. Seine Eltern schlafen fest. Als er die Tür zu seinem Zimmer öffnet, fallen ihm vor Schreck beinahe der Teller und das Milchglas aus der Hand. Jumbo ist wieder gewachsen. Er füllt schon fast das ganze Kinderzimmer. Und er wächst und wächst. Halt, ruft Tim, nicht größer werden. Wir müssen sonst das Haus einreißen, um dich aus dem Zimmer zu kriegen. Für Jumbo ist das, was Tim auf den Teller gehäuft hat, nur ein winziger Bissen. Auch die Milch verschwindet in einem einzigen Rüsselzug. Hast du noch was? fragt Jumbo. Tim holt alles, was er in der Küche finden kann. Brot, Kartoffeln, Obst, Gemüse und einen ganzen Eimer Wasser. Reicht das nun? Es reicht nicht, klagt Jumbo. Ich brauche mindestens viermal so viel, um einmal satt zu werden. Tim ist verzweifelt. Einen so großen Elefanten kann man nicht im Zimmer verstecken, auch wenn er sein Freund ist. Jumbo ist nachdenklich und traurig zugleich. Ich habe mir das nicht richtig überlegt, meint er. Wenn ich immer hier im Zimmer bleiben muss, können mich die anderen Kinder nie mehr in meinem Zirkus besuchen. Keiner wird dann meine prima Zirkusnummer sehen. Sie reden noch mindestens eine Stunde miteinander, aber es fällt ihnen keine Lösung ein. Da steckt der Zauberer schwuppdiwupp seinen Kopf durch Fenster. Habe ich's mir doch gleich gedacht, sagt er. Komm jetzt endlich, die Zelte sind schon verladen. Wie denn? fragen Tim und Jumbo. Statt einer Antwort zaubert der Zauberer schwuppdiwupp vor ihren Augen ihm nur eine blaue Blume. So groß wie ein Kuchenteller. Friss das, aber beeil dich, befiehlt er Jumbo in einem barschen Ton. Vor Tims Augen wird Jumbo kleiner und kleiner. Bald hat er auf des Zauberers Hand Platz. Besuch mich bitte, wenn wir mal wieder in die Stadt kommen, bittet Jumbo und seine Stimme klingt ganz traurig. Du bist ein echter Freund. Ich werde dich vermissen. Dann verschwindet der große Zauberer schwuppdiwupp mit dem winzig kleinen Elefanten in der Dunkelheit. Am nächsten Morgen öffnet Tims Mutter den Kühlschrank. Gähnende Leere. Du hast doch gestern schon wieder vergessen, Brot und Brötchen einzukaufen. Nicht einmal Käse und Milch sind da, schimpft sie. Ich hole gleich was, verspricht Tim. Als er zur Bäckerei läuft, bleibt er eine Weile an der Litfaßsäule stehen. Auf dem Zirkusplakat ist ein Elefant abgebildet. Riesen groß. Ja, das ist ja eigentlich eine traurige Geschichte. Eigentlich wollte der Elefant nicht mehr mit dem Zirkus mit und ich finde es auch nicht so gut, wenn Tiere im Zirkus eingesperrt werden und da irgendwelche Kunststücke vorführen. Vielleicht geht es euch ja da auch so. Und aber eigentlich hatte der Elefant ja jetzt auch dann Heimweh gehabt, weil er gesagt hat, er möchte seine Kunststücke gerne zeigen. Ja, da müsste man jetzt eigentlich die Tiere immer fragen, ob es ihnen gefällt. Aber das könnt ihr euch ja selber mal überlegen, ob euch das gefällt, wenn die Tiere im Zirkus sind oder ob ihr die lieber in der Freiheit seht. Dann könnt ihr heute Nacht schön von Tieren träumen. Vielleicht vom Zoo, vom Zirkus oder von der großen weiten Welt, wo die ganzen Tiere alle frei laufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis zur nächsten Montagsgeschichte. Eure Michaela Hirsch. Tschüss. Eure Michaela Hirsch. Tschüss. Eure Michaela Hirsch. Tschüss.